Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4822 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wir werden uns darum kümmern, dass alle zufrieden sind. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wir werden uns darum kümmern, dass alle zufrieden sind. Wir sind hier, um Ihnen die beste medizinische Versorgung zu bieten. Wir sind hier, um Ihnen die beste medizinische Versorgung zu bieten. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Im Park habe ich die Ruhe, mich auf mein Studium zu konzentrieren. Das Zwitschern der Vögel beflügelt meine Arbeit. Im Park habe ich die Ruhe, mich auf mein Studium zu konzentrieren. Nimm die gelbe Rose in deine rechte Hand und halte sie waagerecht vor dein rechtes Auge. Nimm die gelbe Rose in deine rechte Hand und halte sie waagerecht vor dein rechtes Auge. Verschiedene Zutaten für unser Gericht befinden sich auf Holzlöffeln. Verschiedene Zutaten für unser Gericht befinden sich auf Holzlöffeln. In meinem Job ist es wichtig, immer gut gekleidet zu sein. In meinem Job ist es wichtig, immer gut gekleidet zu sein. In meinem Job ist es wichtig, immer gut gekleidet zu sein. Ich habe Pfirsiche mitgebracht und werde daraus ein Dessert machen. Ich habe Pfirsiche mitgebracht und werde daraus ein Dessert machen. Unser Baby ist im Land der Träume. Viele Flugbegleiter arbeiten für ausländische Fluggesellschaften, die Flüge in Deutschland anbieten. Viele Flugbegleiter arbeiten für ausländische Fluggesellschaften, die Flüge in Deutschland anbieten. Viele Flugbegleiter arbeiten für ausländische Fluggesellschaften, die Flüge in Deutschland anbieten. Untertitelung des ZDF, 2020